Ok. Oh nein, da sind sie ja ganz schön. Da ist bestimmt irgendwo eine Fee drin. Ah, das können wir gar nicht bebrauchen. Ah! Da sind sie. Du darfst jetzt erst durch, wenn du... oder? Ich glaube, da kommst du bestimmt wieder in den Anfangsraum. Aber da ist ja auch ein Stahl. Hä? Ich verstehe das nicht. Ach, jetzt ist das Wasser einfach weg. Ah. Aber wie kommen denn dann wieder zurück? Aber dafür, eine schöne Zeit. Ja, weil du musst ja noch in den Hauptraum. Und dann musst du ja wieder den ganzen Weg zurück gehen, oder was? Was ist denn das denn für? Dann gehen wir auch mal durch. Oh, scheiße. Hä? Mann, ich dachte, wir haben es geschafft. Dann nehmen wir natürlich mit. Was ist das? Hä? Hä? $wnp$%$%&! $RRgh! Cool! Das war es jetzt irgendwie. Sie sollen dir vielleicht nicht aufgehen, oder? Weiß ich nicht. Was bringt denn dann dieser Raum? Das wär irgendwas sein. Das wär ich nur eine Skulptur da. Aber das ist nur eine Truhe. Ach so. Was soll ich schon mal ranhören? Okay. Ich kann mal sie besiegen. Hauen. Oder vielleicht so aus dem Sand ziehen. Mit dem mit... Und Pfeile. Widerliche Sandkiller. Achte darauf, wo sie auftauchen. Gleich bin ich geschickt aus. Danke. Und wie töd ich sie? Ich hab irgendwie in Erinnerung, dass man die mit dem Enterhagen so rausziehen kann. Mann. Alter, ich raste aus. Kann man die nicht anvisieren? Ja, die sind so schnell weg, ey. Und da musst du dir die andere anvisieren. Wie sieht das ganz schnell? So, jetzt. Ja, ist das ja möglich. Das geht doch leider. Einfach wild um dich schlagen. Sondern wir kriegen dafür 5 Prodien. Ja. Und... Wir stehen da auf diesem Scheiß gerade. Egent ist weit weg. Aber wie viel sind das auch? Ich habe... Es geht weiter. Ja. Mann! Alter! Ja! Alter! Wir metzen sie alle nieder! Alter! Es ist noch einer. Hä? Was ist jetzt? Hä? Der hat sich irgendwie zu einem Ultra... Ding von mir. Ah, ich muss mich die ganze Zeit bewegen, sonst treibt Sand. Echt? Ja. Soll ich es uns einsacke hier? Oh, geil, ey. Das war jetzt so crazy. Schnell raus hier. Ja, das ist... Ja, natürlich. Das sind jetzt nur Rubine. Ja, natürlich. Alter! Ich kann mir den neuen Fehl kaufen! Alter, ich drehe durch, ey! Alter, ich hasse dieses verkackte Scheißspiel. Gut, dann sammeln wir mal alle Rubine, ne? Ja? Pfff! Hä? Ah, da gibt's noch einen Raum. Wollen wir den auch noch mal machen? Achso, das ist schon... Okay, ey. So! Schnell, 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 schnell! Ja! Ja! Oh, scheiße! Ah, kacke, ja, ich mach das so. Und vor allem danach müssen wir dann nochmal wieder irgendwie... Nee, geht ja nicht anders. Muss ja so oder so irgendwie... Vielleicht wenn man alle einsammelt, geht das Wasser für immer weg oder so. Ja, gleich kommt noch eine Truhe runter und dann gibt's einen Stuchel. Hä? Ich konnte sie einsammeln. Nein! In die falsche Richtung! Oh, Mann! Der kann ich nicht ändern! Du hast gesehen! Ich konnte sie einsammeln. Oh, Mann, ey. Kann ich jetzt irgendwie runterfallen irgendwo und dann da auch wieder auftauchen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wo sind jetzt nochmal die Gegner drin? Ich hoffe nicht. Oh, das ist so schickig, ey. Kann nicht wahr sein. Das ist das schlimmste letzte Play, das ich hier hatte. Ich kann nicht probieren, dass ich irgendwie hier hochkomme. Nee. Ich weiß gar nicht, was es bringen soll, die Scheißgebiene. So, warte. Es gab doch noch eine... Nee, es gibt sogar noch zwei verschlossene Türen. Aber was bringt das? Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Nein. Nein. So. Eins. Zwei. Nein. Wenn du es erst nicht schaffst, spring hierher. Ja. Drei. Nein. Händis fehlt irgendwie. Ja, irgendwo fehlt einer. 100%. 4... Ne, sind aber durch immer 5. Rubin! Ja, bitte. Hoffentlich. Ja, welchen nehmen wir jetzt? Das ist jetzt die große Frage. Wir gucken uns jetzt automatisch bei ihm an. Ja. Es gibt ja einmal den bei diesen scheiß Kisten und einmal da, wo wir gerade waren. Ich glaube eher da, wo wir gerade waren. Ja, das ist logisch. Das wäre auch die logische Schlussfolgerung, wenn man das zuletzt gesehen hat. Ich frage mich nur, was der andere Raum dann bringen soll. Naja. Ja. Woher kommen die ganzen Vasen her? Das ist total unruhig. Es stellt immer irgendeiner an die Vasen wieder. Schon wieder hat sie ja da runtergeworfen. Ja. Warte, 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 warte. Wieder erstmal gucken. Ah, da gibt's eine Truhe. Aha. Da ist wahrscheinlich ein Schüssel drin. Den helfen wir dann für die andere Tür. Das ist ja voll dumm, wenn wir da auch dahin gehen können. Okay. Okay. Alter, was ist das hier? Ich will mich überhaupt nicht daran erinnern. Okay, da ist so eine Kiste. Da ist eine Sonne. Aber wir müssen hier Licht reinbringen. Indem wir die Melodie spielen und dann kommt da oben Licht. Das ist jetzt so meine, du. Zum Mutum. Das ist ja so. 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 Was passiert da gerade? Ich weiß es nicht. Ich würd's, glaub ich, nicht wissen. So ne Perspektive hatte man auch nie. Ne. Äh. Was ist denn das? Was ist denn das? Ja, dann springen wir raus und gucken, was passiert ist. Ach. Alter. Wie geil. Das ist wirklich geil. Doch. Das ist ja geil. Wollen die töten? Weiß ich nicht. Na ja. Foto mit Grund. Jetzt, was fängt das jetzt bitte an? Kann ich das nicht mehr spielen? Hört sich so an. Aber was? Weiß ich nicht. Woher war das? Oder war das ein Triforst? Da war, glaub ich, noch so ne Kiste, aber in braun. Oder? Ne. Dann mach nochmal. Alter, das ist... Kann man die töten? Ich glaub nicht, oder? Weiß ich nicht. Die kommen ja normalerweise nur da im Wald vor, oder? Das hab ich gar nichts gemacht. Was soll man denn hier spielen? Aber auf jeden Fall macht's ja Ding, 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 Ding. Oh. Kann ich jetzt hauen? Das trau ich nicht. Ja. Mit einem Schlag? Nein, lass ich tun. Oh. 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 Ich wusste gar nicht, dass man die töten kann. Ich hatte immer so Angst vor denen. Ja. Jetzt können wir ja mal gucken, was da oben ist. Oh, ich hab die großen... Eponas Dings, oder was? Du hast jetzt Eponas Lied spielt. Ich komm auch nicht da drauf, Alter. Keine Ahnung. Das ist aber auch mega neu. Ja. Auf jeden Fall. Oh, ich hab gar nicht gesehen, dass hier so riesige Felsen rumrollen, Alter. So. Oben, links, rechts, oben, links, rechts. Jetzt kommt Epona hier reingebringt. Oben, links, rechts, oben, links, rechts. Das Pony kommt, dann muss ich damit über die Felsen sprechen, dann gehen die kaputt. Ja. Weil das ist ja logisch. Ja. Total. Sinnloser Scheiß. Und jetzt? Ist noch so ne Tür aufgegangen. Ja, müssen wir noch irgendwas machen. Es gibt ja einfach nur Rubine, ey. Naja, wenigstens haben wir das nur gemacht. Hm? Ach da. Da haben wir jetzt die Hymne der Sonne. Das finde ich, das finde ich ganz süß gerade. Rechts unten, rechts unten, rechts unten, rechts unten, rechts unten, rechts unten. Das zeigt einem das nämlich nur an. Und da hinten kriegen wir jetzt die Truhe. Einen haben wir ja noch. Echt? Ja. Achso. Sind fünf. Aber was ist da jetzt denn drüber? Gar nichts. Die Spiele... Das Lied ist nichts. Was ist das? Was ist das? Ne, das ist ja die, die wir aufmachen wollen. Und da... Ach, da ist noch was. Links. Da ist auch nichts. Die Hymne des Nichts. Gibt's das? Die müssen wir schon drüber spielen. Was gibt's denn noch so? Sturm. Das gibt alles keinen Sinn. Vielleicht sieht man auch nicht, was da ist. Du bist ja gar nicht so dumm wie du aussiehst. Ja, danke du Arschlo. Ich bin mir nicht sicher. Und... Puh. Gut. Ja, spiel doch einfach mal. Oder mach erst mal hier, ob das Ding 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 macht. Gut, da können wir jetzt einfach alle Melodien durchspielen und filmen. Dann fangen wir mal mit Zerdas wie in die Tanne. Nein. Was haben wir denn noch? Wir gehen dann über die Reihe durch. Salir, Selid. Ach ne, das hatten wir ja schon. Das ist nochmal klar. Salir, unten rechts. Unten rechts. Vielleicht muss er auch die Vogelschwein-Volker spielen. Ach, das glaube ich nicht. Nein. Hä? Pfua, los bei dir! Danke, Navi! Danke! Ja, dann gibt's nur noch das. Nein, da ist nichts drüber, also spielen wir nichts. Wir machen die Ukalina und warten so lange, wo es irgendwas passiert. Hä? Warum? Na ja. Das ist ja... Wäre cooler, wenn das einen Sinn gemacht hätte. Das überfordert, was das Spiel ist. Zu viel Animation. Und jetzt? Dann kann das jetzt ja nur Salir auslesen, oder? Das ist das einzige, was jetzt noch... Genau. Da... Äh... Äh... Ne, aber jetzt fällt das Wiegenlitern, wir auch noch nicht. Ja, wir sind gleich aus dem Raum raus. Das ist alles so sinnlos. Ja. Achso, das habe ich jetzt gedacht, dass wir hier rauskommen. Komm wieder her? Ne, wir kommen gar nicht her, ne? Okay. Ah! 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 Siehst du, ob sie sich spinnen? Alter! 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 Das ist so krass, alles. Vielleicht mal die auch noch neu starten oder was? Ach, noch ne unsichtbare. Ey, ich piep's nicht mehr. Mir fällt's euch wundert, warum Fuhrer so behindert rumläuft. Das ruckelt hier grad ein bisschen. Das ist ja immer der Aufnahme. Jaaaaaaaaaaahhhhhhhh! Wie soll das denn? Alter, das kann doch nicht sein! Alter! Ja, und jetzt? Ey, ich drehe durch, ey. Ey, du... Das kann doch nicht sein! Bestimmt können wir einfach schon die ganze Zeit... Ja, das kann nicht sein, weil jetzt müssten wir nochmal einen Schlüssel suchen. Das kann doch nicht alles für 50 Rubine sein, da tausend Liederspielen gegen Trollkämpfen, Steine ausweichen und 10 Spinnen töten. Und dann kriegst du 50 Rubine? Alter, ey. Ich komme da nicht drüber weg. Vielleicht hätten wir da noch irgendwas machen müssen.